So einer von den beiden Thunder Verkäufer wer ist es verdammt ich irgendwo oder war das die Akte von Frank Das ist die Akte von Sheldon Das ist die Akte von Gerald Den Biker kann ich nicht bei all Dingsen hier Warte Okay Zeig mir dass du mein Geld hast und ich sag dir wo wir uns treffen Wo soll ich denn jetzt noch die Kohle herkriegen Wie viel Nein das wäre eine dumme Frage Chloe Ah scheiße Wohl kaum bei den Beweisen Wenn dann im Schreibtisch Irgendwo versteckt Sägemehl Wieso Handy ansehen Wieso stand da gerade Handy ansehen Hä Schon wieder Handy ansehen Hä Kohle Da können wir doch was abzweigen Ah okay ich verstehe Das muss die Tausende von Dollar sein Kein Wunder dass daemon es so schlecht will Hauptsache der kommt jetzt nicht nach Hause Obwohl ich glaube der hat gerade andere Sorgen Und hier ist dein Mädel Bereit zum Abgang Alter was Scheiße wie wärs denn mit Polizei rufen Bring mir das Paket und wir können den Job beenden Lass sie gehen Ich kann Damon Merrick nicht sagen er soll sie gehen lassen Weil der schreibt ja mit James Chloe oh Gott Beeil dich besser Das Weib fängt noch an mir auf die Nerven zu gehen Scheiße Was Was Ach du Scheiße Nix Nix Oh creepy Creeper Creeper Ich bin sicher dass sie das macht Ich bin mehr interessiert über dich Ich bin gut Du bist derjenige der verrückt Du solltest nicht hier sein Chloe What is Ah Elliot Put that down Mach keinen scheiß Junge You have no idea what you're dealing with Mach keinen scheiß Chloe Chloe What have you gotten yourself into You You wouldn't understand Give me a chance What the hell are you doing Können wir ihm vertrauen Der ist creepy Der hat uns verfolgt Der hat uns verfolgt Der schreibt Gedichte über uns Er ist verliebt in Chloe Ne Wir haben sein Herz gebrochen Wir können ihn ja auch jetzt nicht Wäre das dass wir ihn ausnutzen Vertraue ich ihm Ich vertraue ihm Komm ich vertraue ihm Ich kann nicht viel über das Es hat sich mit Rachel's Mutter Her real Mutter Und das erklärt Du bist in der D.A.'s Haus Und hast du das? Believe es oder nicht Ja Ich bin so sick Du nicht sehen Wer die Rachel wirklich ist Wann wird du wissen Was sie für dich ist Elliot Just Take a step back No You need to listen to me Okay wir können ihm Glaube ich Nicht vertrauen You You don't know what you're talking about First night you hang out What happens You end up in a fight Was nicht ihre Schuld war You don't know what you're talking about Rachel saved my ass I'm sure that's how it seemed to you Stop stop suggesting that she's somehow bad for Next day she convinces you to skip school Magically she barely gets in trouble And you get expelled Ja klar Das war meine Entscheidung Boom Boom I took the fall Because I wanted to Rachel tried To protect me Yet somehow It all worked out for her in the end As usual You don't understand You weren't there Was she protecting you When she made you take part In a play you didn't want to be in Seriously man Oh no 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 Look Rachel is an amazing actress And I don't mean on stage She's fake You're real And I hate to see her Manipulate you like this Elliot I promise No one is manipulating me No Just look where you are now A high school dropout Hanging out with criminals And breaking into houses It's crazy It just as easily could have been You in that hospital today If that ever happened Er regt sich gerade sehr auf Gut Er ist auch eifersüchtig irgendwie Das blickt Das blitzt durch Vielleicht kriegen wir ihn ja ruhig Look I hear you I appreciate the concern I don't think you do Elliot I'm the one who cares about you Chloe Me Not Rachel It's time you saw the truth Oh no What does that mean It means you stop thinking about Rachel And pay attention to me now For once Elliot Idiot Please I know you're upset But I'm not upset Okay Das hast du gerade widerlegt Nach Hilfe rufen Nach Hilfe rufen Das eskaliert hier Oh der flippt ja aus Oh der schließt uns hier ein What? Um 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 Du meinst hier? Specifically? Wie die Amber-Haus? Ich spreche über deine Situation. Rachel ist gefährlich. Du musst das verstehen. Du bist richtig, Elliot. Ich wollte es vorher nicht sagen, aber es ist wahr. Meine Leben ist gefährlich. Danke, Chloe. All I want is to help you. I'm glad you can finally see that. You're right. I do need help. I need help immediately. Hey, it's okay. I'm not going anywhere. I feel trapped. Boxed in. I desperately want to leave this situation. Okay. It takes a lot of guts to tell me all this. And I want you to know, that I will always be there for you. No matter what. Eh. Eh. Hände weg. It's the police. Okay. Don't panic. I'm sure they'll just want to ask us why we're here. What do we do? I'll talk to them. Eh. There's nothing to be concerned about. No, no. Komm. Thank you, Elliot. You're... a great friend. Oh, scheiße, man. Haha. Mach's gut. Tschüßen. Wir sind dann mal weg. Ich will gar nicht wissen, was wäre, wenn das jetzt schiefgegangen wäre. Oh, das Blut immer noch da. Was ist das? Alter. Aha. Oh. Das Feuer hat sich selbst gelöscht. Was? So much, destrukturen. Oh, because Rachel got angry at her dad. Who's been lying to her all her life. And he's still lying. Hey. Being a dad's tough. That doesn't justify what he's done. Oh, William. I'm just saying. Ich würde wahrscheinlich alles machen, um dich sicher zu halten. Hey, Papa? Ja? Hast du mich nie ließ? Ich meine nicht, dass ich mir das Ashtray gemacht habe für Mom nicht ein Scheiß. Ich meine, wie... ... wirklich ließ. ... über... ... etwas, das mich zu wissen könnte. Was denkst du? Jeder lügt. Es kommt nur drauf an, worüber, ne? Ich glaube, dass alle ließ... ... über... ... große Dinge. Ich meine... ... das was Mom nicht weiß über mich. Also... ... du wahrscheinlich ließ, auch. Würdest du mich mehr ließ? Ach... ... ... ... natürlich nicht, vielleicht ein wenig kommt drauf an worum es ging... I guess it depends on what it was. You have just given the answer. You have just given the answer. You have just given the answer. You know what, Dad? Never mind. I don't need to know. I like it better this way. What way? That I'll always be the perfect Dad? How many people get to say that? No. No. No word. My ride, my tunes. Am I seriously going in to face Damon, Merrick? All for Rachel. Am I crazy? Hella crazy. Hm? I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? No. I like the company. So it's... You don't want us this. Things are about to get real. God. Das wird doch jetzt eine Katastrophe. Hm. Oh, Chloe. Ganz allein. Mit diesem Irren. Shit. Is that blood? Frankie? Frank? Oh shit, Frank. Frank? Frank! Shit. This is bad. Liegt er da drin, oder was? Ich glaube, Frank liegt da drin. Scheiße. Da, die Scheibe da auch, alles so. Fuck. Fuck. Where the hell is Sarah? Niemand sagt... Don't tell me, what to do. Ja, was? Ja, ich... Das war so klar, dass sie hier... Don't mess with Damon Merrick, dass sie sagt, du kannst mich mal. Ich bin glücklich, dass der Baum es geschafft hat. Ja, ja. Toll. Kein Bier mehr. Kein Zeit mehr. Ich muss weiter gehen. Wir werden etwas sehr Dummes tun. Ich bin kein Verräter, bitte. Leute, das gesagt. Frank. Einer musste es sein. Oh nein. Die Couch. Die gute Couch. Franks Couch is toast. Wo ist der Homicidal-Drugdealer? Spooky-Dier-Head. Wo ist der Homicidal-Drugdealer? Spooky-Dier-Head. Unbeachtete Warnung. Verdammt. Das heißt, hier muss irgendwo noch ein Ding sein. Drei Seiten. Drei Seiten. Das muss jetzt erst sein. Ich... Ich muss mich jetzt... Warte mal. Eins, zwei, drei... Oh Gott. Das ist Finale jetzt hier. Max. Langsam denke ich, dass Lügen ansteckend ist. Eine Lüge führt zu einer anderen und zu einer anderen und bevor du dich versiehst, ist es eine Epidemie. Paradebeispiel. Rachels Vater. Erinnerst du dich, wie ich dir erzählte, wie er Rachel anlog und dann die Wahrheit über ihre Mutter herauskam? Ja, dazu... Die Hardcore-Sicherheitsmaßnahmen hatten es mir sagen sollen. Hätten es mir sagen sollen. Ich schaffte es, in seinen Schreibtisch zu kommen, von da an strömten die Lügen nur so heraus. Ich fand Briefe von Sarah und Rachel, Briefe, die James ihr nie zeigte, nie erwähnte. Und die Checks, die James Sarah schickte? Schwachsinn. Sie schickte sie zurück. Dieses verlogene Arschloch arbeitet mit dem verfluchten Damon Merrick zusammen, ausgerechnet. Ich musste lügen und so tun, als sei ich James. Es war irre. Ich verbrannte richtige Beweise, was bedeutet, ich sollte dieses Tagebuch vermutlich auch verbrennen. Dann verfiff ich einen der zwielichtigen Typen, die mich auf dem Firewall-Konzert belästigten. Er hat's verdient. Letztendlich fand ich ein Bündel Geld, das Damon von James haben will, im Austausch dafür, dass... er Sarah wehtut. Wir können Leute so verkorkst sein. Ich wünschte fast, ich könnte alles vergessen, was ich heute erfahren habe. Fast, denn jetzt weiß ich, wo Sarah ist. Und nichts wird mich davon abhalten, zu ihr zu gelangen. Chloe, Lügnerin der Lügen. Kennst du das Gedicht, in dem es heißt, manche sagen, die Welt wird im Feuer enden, manche sagen im Eis? Und Feuer soll die Leidenschaft sein und Eis der Hass? Ich bin für beides zu haben. Feuer. Elliot folgte mir zu Rachels Haus. Wie sich herausstellt, hat er, ich weiß nicht, mich beobachtet oder zumindest genau aufgepasst, was ich mit Rachel tue. Und es gefällt ihm gar nicht. Ich hatte ehrlich keine Ahnung, dass Elliot diese Seite hat. Er hasst Rachel wirklich. Schließlich weigerte er sich, mich gehen zu lassen, bis ich die Wahrheit über sie sah. Er war psychotisch wütend, ich hatte Angst. Und ich hatte keine Zeit, mit ihm zu reden. Also hatte ich die geniale Idee, die Polizei zu rufen, während er weg sah. Und es funktionierte. Ich konnte der Polizei stecken, was passierte. Als sie dann auftauchten, rannte ich weg. Der arme Elliot wird ihre Fragen beantworten müssen. Doch scheiß auf ihn. Die Wahrheit ist, ich bemitleide Elliot fast. Er traf die furchtbare Entscheidung, von mir besessen zu sein. Ich muss mich im Moment um wichtigeren Scheiß kümmern. Chloe, Flüchtige vor gruseligen Typen. Max, die schmale Grenze zwischen echtem Leben und Traumleben, von der ich dir erzählte? Ich glaube, sie ist gerade verschwunden. Ich sah Papa wieder. Doch diesmal war ich wach. Zumindest glaube ich das. In der einen Sekunde rase ich mit meinem Truck daher. In der nächsten stehe ich in einem verbrannten Wald und rede mit Papa. Ich dachte, ich wollte wissen, ob er mich je anlog. So wie James Rachel anlog. Aber dann wurde mir klar, das wollte ich nicht. Warum den perfekten Vater ruinieren? Ja. Chloe hat ihren Dad zu der Zeit verloren, als er noch immer der perfekte Vater war. Sie war auch einfach zu jung. Jetzt mittlerweile, wo sie ja selber reifer ist und weiser ist und selber nicht immer ganz ehrlich ist. Erkennt sie, dass auch ihr Dad gelogen haben könnte? Weil ihr Dad ein ganz normaler Mensch ist, so wie alle anderen. Wenn Träume mit der Realität verschmelzen können, dann können es auch Albträume. Genauso fühlt sich die Mühle jetzt an. Franks Wohnwagen ist hier mit Blutspuren. Franks Wohnwagen ist hier mit Blutspuren. Ich hoffe echt Frank geht es gut, doch ich muss zu Rachels Mutter. Ich weiß nicht, was ich vorfinden werde, aber ich muss es tun für Rachel. Die Irreale. Du bringst dich für Rachel in richtige Gefahr jetzt. Du bringst dich richtig in Gefahr. Und wir haben ein Messer. Sarah muss hier irgendwo irgendwo sein. Kann ich hier irgendwo noch ein Graffiti schreiben? Ah! Ich bin nicht Angst. Ich bin nicht Angst. Chloe, Chloe. Okay, wir sind soweit.